Hallo, ich bin die Hanna Stemke. Ich bin die Pferdekünstlerin, die Pferdemalerin und Pferdefotografin und ich liebe es einfach Pferde zu malen. Natürlich auch Hunde und Katzen, aber gerade Pferde, die begleiten mich schon mein ganzes Leben lang und sie sind einfach der Mittelpunkt und die große Liebe meines Lebens. Neben mir siehst du schon so ein schönes Acrylgemälde, das ist die Diarobin, eine Hannoveraner Stute im Mohnfeld und ja, es ist einfach so viel möglich mit diesen Farben, man kann so schöne Gemälde malen und ich liebe es einfach, wenn sie so schön realistisch ausschauen, diese Pferde, wenn sie einen anschauen und sie einen wirklich berühren und man da einfach so eine große Freude jeden Tag damit hat, wenn man sie anschaut und man sie einfach zu Hause an der Wand bei sich hat, das ist einfach etwas Wunderbares. Und wenn dir das gefällt und du auch so ein Gemälde von deinem eigenen Pferd haben möchtest, dann melde dich einfach bei mir. Ich möchte dir heute eine Aktion vorstellen. Schau auf meine Website, schau dir die ganzen Details an. Wenn du irgendwelche Fragen hast, ich helfe dir gerne weiter und berate dich, denn es ist einfach so viel möglich. Du kannst dir dann auch den Wunschhintergrund aussuchen mit deinen Lieblingsfarben und ja, was zu deinem Zuhause passt oder zu deinem Pferd. Also ich berate dich da gerne. Und ja, vielleicht ist es auch eine schöne Geschenkidee für Weihnachten oder Geburtstag. Gerne auch als Gutschein zum Verschenken. Also da gibt es alle Möglichkeiten und ich würde mich wirklich freuen, bald von dir zu hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Hanna.